Hallo, ich bin Old Tom Morris. Heute entführe ich dich in die Welt des Grünlesens, eine Fertigkeit im Golfsport, die sowohl Kunst als auch Wissenschaft ist und für jeden Golfer unerlässlich. Das Lesen der Grüns, die Kunst, die Neigung, die Geschwindigkeit und die Richtung der Grünflächen einzuschätzen, ist so alt wie der Golfsport selbst. In den Anfängen des Spiels waren die Grüns weit entfernt von den perfekt gepflegten Flächen, die wir heute kennen. Sie waren natürlich und ungezähmt, mit unvorhersehbaren Unebenheiten und Neigungen, die durch die Landschaft und die Wetterbedingungen geformt wurden. Golfer mussten lernen, diese natürlichen Eigenschaften zu lesen und zu interpretieren, um erfolgreich zu putten. Dieses frühe Grünlesen basierte stark auf Intuition und Erfahrung. Die Golfer mussten die Textur des Grases, die Feuchtigkeit des Bodens und sogar den Einfluss des Windes berücksichtigen. Als die Golfplätze im Laufe der Zeit weiterentwickelt wurden, insbesondere unter meiner eigenen Hand, wurden die Grüns komplexer und die Kunst des Grünlesens noch wichtiger. Die Einführung von sorgfältig gestalteten Undulationen und variierenden Grastüten erhöhte die Herausforderung und machte das Grünlesen zu einer entscheidenden Fähigkeit. Im 20. Jahrhundert, mit dem Aufkommen der modernen Golfplatzarchitektur und Pflegetechniken, erreichte das Grünlesen eine neue Dimension der Präzision. Golfer und Cadiz begannen, wissenschaftliche Methoden anzuwenden, um die feinsten Details der Grünflächen zu analysieren. Dies beinhaltete das Studium der Grasarten, das Verständnis der Bodenbeschaffenheit und sogar die Nutzung von Technologien, um die exakte Neigung und Geschwindigkeit der Grüns zu messen. Heute ist das Grünlesen eine Kombination aus wissenschaftlicher Analyse, physischer Beobachtung und intuitivem Gefühl. Golfer aller Spielstärken verbringen unzählige Stunden damit, diese Fähigkeit zu verfeinern, da sie oft der Schlüssel zu einem erfolgreichen Putt und somit zu einem erfolgreichen Spiel ist. Die Geschichte des Grünlesens ist ein Spiegelbild der Entwicklung des Golfspots von seinen einfachen Anfängen bis hin zu seiner heutigen hochtechnologischen Form. Es ist eine Fähigkeit, die Einfühlungsvermögen, Geduld und Präzision erfordert und die das Golfspiel so faszinierend und herausfordernd macht. Wenn du mehr über die Kunst und Wissenschaft des Golfs erfahren möchtest, dann folge mir auf dem Fit4Paar YouTube-Kanal. Abonniere den Kanal und ich werde dir weitere spannende Geschichten aus der Welt des Golfspots erzählen. Ich freue mich darauf, dich dort zu begrüßen. Bis bald, dein Old Tom Morris